Zu sagen, dass Mimi den Multitrillionär ApoRed mal wieder hops genommen hat, wäre eine Untertreiung. Wir haben uns in unserem Livestream angeschaut und haben uns gefragt, wie kann Mimi solche geisteskranke Informationen haben. Ich meine, schaut euch das selbst mal an. Let's go. Yo Leute, wer mein letztes Video noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt vor diesem Video hier tun. Also jetzt wirklich, Link in der Beschreibung. Viele hatten sich gefragt, wie ich dann an die Kontoauszüge von ApoRed gekommen bin. Das habe ich auch gedacht, das war viel zu wild. Ich habe gedacht, woher kann der das haben? Hat er es beim fucking Finanzamt reingehackt oder was ist das? Nun ja, das war eigentlich ganz einfach. Ja, ich habe ihn eigentlich gehackt. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer ApoRed in Wirklichkeit ist. Ein scheiß Penner ohne Welt. Dann wollte ich noch zwei Sachen korrigieren. Ich meinte in meinem letzten Video, dass die Pfändung der Krankenkasse einen Vollstreckungstitel durchs Gericht voraussetzt. Das stimmt aber nicht. Krankenkassen können auch ohne das Gericht pfänden. Ändert aber nichts an meiner Aussage, weil trotzdem, wie im Video erwähnt, Mahnungen vorausgehen müssen. Ich habe bei der AOK nachgefragt. Kurz gefasst, es kommen insgesamt drei Mahnungen im Abstand von einem Monat, bevor gepfändet wird. ApoRed war in dem relevanten Zeitraum in Deutschland und nicht, wie von ihm behauptet, in der Türkei. Das war auch der Punkt, den ich machen wollte. Für alles weitere guckt einfach mein letztes Video. Die zweite Sache, die ich korrigieren wollte. Ich meinte, dass ApoRed das Nummernschild vom Range Rover zensiert hat, weil da sonst vermutlich ein fremdes Nummernschild zu sehen wäre. Aber ich habe sein Video dann nochmal komplett aus Versehen über meine Festplatte abgespielt und plötzlich war die Zensur weg. Mensch... Was? Junge, wie kommt Mimi immer an diese Aufnahmen? Ich verstehe es nicht. Wie viele Connections hat er bitte? Was es nicht alles gibt auf der Welt? Oh mein Gott. Jetzt hielt er uns etwas von einem Undercover-Wagen. So ein Schnacker. Oh mein Gott. Äh, ApoRed, wieso ist da kein Kennzeichen? Und wieso hast du das zensiert? Und wie soll dich jetzt eigentlich... So ein dummer, missgünstiger Penner in deinem... 120.000 Euro, 600 PS breit gebauten Range Rover. Ohne Kennzeichen. Warum Cruisen sehen? Fragen über Fragen. Naja, wie dem auch sei. Ich hatte im letzten Video über ApoReds angeblichen Reichtum geredet, auf dem wir laut ApoRed alle nur neidisch sind. Sein angebliches Geld, seine angeblichen Immobilien und seine angeblichen Autos. Aber ApoRed hat in seinen letzten Videos natürlich nicht nur über diese Sachen durchgängig gelogen, sondern natürlich auch über weitere Themen, die ich nun in dem Video hier durchnehme. Fangen wir an bei dem Cardena-Gewinnspiel-Thema. Ich meinte, dass ApoRed den Gewinnspiel-Post gelöscht hat, genauso wie den Gewinnspiel-Post mit Level Up Germany, bei dem ich schon bewiesen habe, dass es komplett Fake war und keiner seinen Gewinn bekommen hat. ApoReds Statement zu Cardena war wie folgt... ApoRed, warum hast du den Post gelöscht, wo 10 Gewinner unter anderem bei einem Rolex-Verlost werden sollten? Warum hast du das gelöscht? Du hast ja bestimmt was zu verbergen. Das ist ja wieder Scam. Ich zeige euch jetzt, warum ich bewusst immer das meiste ignoriere, okay? Das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Okay, ApoRed erklärt jetzt an einem perfekten Beispiel, warum er bewusst Vorwürfe ignoriert. Let's go! Ihr habt euch einen Kontakt aufgenommen zu Cardena Official. Und ich hab denen gesagt, könnt ihr mal bitte mal die Auflösung auch mal in eure Timeline posten, okay? Also diese Story, die daueran verfügbar ist. Um euch noch mal in so eine kleine Rückanstaltung zu gehen. Ihr macht alle zufrieden, haben ihre Gewinne bekommen. Was wollt ihr in Gottes Namen? Nur weil ich den Post runtergenommen habe, weil ich das... Das werden wir jetzt sehen, ob alle zufrieden waren. Du ein Feed auf Instagram? Wollt ihr mir jetzt indirekt sagen, ich hab irgendwo gescammt? Wollt ihr mich verarschen, Mann? ApoRed behauptet, dass alle zufrieden waren und ihre Gewinner bekommen haben. Das stimmt aber nicht. ApoRed hat hier wieder bei einem Gewinnspiel ganz offiziell gelogen. Nachdem die Gewinnernamen hier eingeblendet wurden, hab ich alle angeschrieben. Ein paar davon haben nicht geantwortet, beziehungsweise die Accounts gibt's nicht mehr. Und von denen, die geantwortet haben, hat einer die Uhr bekommen und einer eine Brille, nachdem er Cardena ein, zwei Monate penetrieren musste, damit sie die Brille endlich zuschicken. Alle anderen gingen leer aus, was Brillen und Ketten angeht. Ich hab das vom Gewinnspiel nicht erhalten. Die Cardena auf Fischer Seite hat mir geschrieben. Die meinten so, ja, Glückwunsch, du hast eine Brille gewonnen, bla bla. Ich so, ja, okay. Die meinten so, ja, schick deine Adresse. Ich hab dir meine Adresse und so alles geschickt. Dann, ich hab ein, zwei Monate gewartet. Und ich hab nichts zubekommen. Aber mindestens zwei von zehn haben wir es bekommen. Ist schon eine Steigerung vom letzten Mal. Ich sag mal so, auf jeden Fall gesteigert. Keine Nachricht von dem bekommen. Dann hab ich meine Nachricht zurückgezogen, wo ich meine Adresse hingeschrieben hab, falls das weitergeleitet wird, mein Adresse oder, keine Ahnung, im YouTube-Video vorkommt. Soll ich das nicht. Deswegen hab ich meine Adresse zurückgezogen und hab die Seite dann einfach ignoriert. Die haben mir auch Chat-Verläufe mit Cardena gezeigt. Und die endeten alle damit, dass die Gewinner am Ende geghostet wurden. Auch lustig, wie Cardena sich bei dem einen noch wundert, dass nichts angekommen sei. Das ist komisch. Die anderen Gewinner haben schon alles erhalten. Ich kümmere mich drum. Oh nein! Falls dein Paket noch nicht versendet wurde, oder bekommst du die Woche noch eine Sendungsnummer? Die anderen hätten ja schon alle ihre Sachen bekommen. Was ja faktisch gar nicht gestimmt hat. Und die versprochene Sendungsnummer hat der Gewinner übrigens auch nie bekommen. In der Nacht, nachdem ich die Leute aber angeschrieben hab, ist Cardena plötzlich in die Gänge gekommen. Über acht Monate, nachdem sie geghostet haben und keine Gewinne zugeschickt haben. Drei Uhr nachts... Gehört ab, Red der Cardena-Account? ...schrieben sie an Tillmann. Hey, bemerken gerade, dass uns ein Gewinner bezüglich seines Gewinns angeschrieben hat und wollten nochmal alle durchgehen. Anscheinend hat einer bis jetzt nichts erhalten. Muss was im Lager schiefgelaufen sein. Ist die Brille bei dir denn angekommen? Sonst schau ich nochmal nach Sendungsnummern. Müssten wir noch haben. Kann übrigens auch einer der Ketten sein, falls es doch nicht mehr die Brille sein soll. Haben das mit dem anderen Gewinner nun auch so abgeklärt? In dem Gelaber stimmen schon mehrere Sachen nicht. Denn es hat nicht nur einer nichts bekommen. Die sind auch nicht nochmal alle durchgegangen. Obwohl alle Namen öffentlich sind. Tillmann war der Einzige, der eine Nachricht bekommen hat. Sendungsnummern hatten sie offensichtlich auch nicht. Denn die haben direkt vorgeschlagen, dass man sich auch was anderes aussuchen kann. Obwohl Cardena noch gar nicht wissen kann, dass der Gewinner nichts bekommen hat. Außer man hat halt nie was losgeschickt. Dann hat der Gewinner zu 100% nichts bekommen. Und man braucht nicht die Antwort vom Gewinner abwarten. Und dass sie das auch so mit dem anderen Gewinner abgeklärt hätten, klingt ebenfalls schleierhaft, wenn Tillmann scheinbar der Einzige ist, der nochmal angeschrieben wurde. Am 16.06., also 10 Tage nachdem ich die Gewinner angeschrieben habe, hat ApoRed unter sein eigenes Video geschrieben, dass der Gewinner die Uhr bekommen hat. Und die anderen hätten auch ihre Gewinner erhalten. Aber bei 3 gab es Kommunikationsstruggles. Hä? Aber warum erzählt er dann in seinem Video das hier? Um euch nochmal in so eine kleine Rückhandstelle zu geben. Die waren alle zufrieden, haben ihre Gewinner bekommen. Was wollt ihr in Gottes Namen? Ja, dass du mal weniger lügst, das wäre schon mal ein Anfang. Und erzähle uns nichts von, ich hab nicht gelogen, sondern nur die Unwahrheit gesagt. Du hättest die Gewinner genauso wie ich fragen können, hast du aber nicht. Stattdessen hast du es als Fakt hingestellt, dass alle ihre Sachen bekommen haben und happy sind. Und was er in dem Kommentar schreibt, stimmt ja auch nicht mal, wenn es immer noch Leute gibt, die noch nichts erhalten haben und auch nicht nochmal kontaktiert wurden. Was das Ganze aber hier noch bescheuerte macht, ist, dass ApoRed dieses verkackte Gewinnspiel als perfektes Beispiel nimmt, warum er nicht auf Vorwürfe eingeht. Ich zeige euch jetzt, warum ich bewusst immer das meiste ignoriere, okay? Das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Junge, du ergibst keinen Sinn. Und zu der ganzen Sache kommt noch, dass er nach dem damals verkackten Controller-Gewinnspiel meinte, dass er nur noch mit seriösen Partnern zusammenarbeitet. Zukünftig werde ich das auch so machen, dass ich Gewinnspiele nur mit einem Partner mache, einem seriösen Partner. Und ich werde auch immer schon beim Gewinnspiel festlegen, wann und wo und wie der Gewinner verlost wird. Dann aber ein Gewinnspiel mit Level Up Germany und dann noch mit Kadena gemacht hat, die beide nachgewiesenermaßen absolut unseriös sind. Ich habe auch gesehen übrigens, dass jemand also das richtige Level Up angeschrieben hat und gesagt hat, yo, da gibt es so einen Fake-Instagram-Account, der hat sich Level Up Germany und der hat halt die Verlosung gemacht. Und Level Up hat einfach geantwortet, also das echte Level Up. Dass sie schon rechtliche Schritte gegen diese Firma eingeleitet haben. Aber gehen wir nochmal... Stell dir vor, gegen dich werden rechtliche Schritte eingeleitet, nur weil Mimi ApoRed in einem Video hopsen ist. ...zu dem Controller-Gewinnspiel von 2020 zurück. ApoRed sagt neuerdings dazu folgendes. Ich habe auch vergessen, jemanden einen Controller zu schicken. Ich habe mich auch dafür direkt auch entschuldigt, denn eine ganz klare Geschichte. Es wird auch immer behauptet, ApoRed sei ja uneinsichtig, der entschuldigt sich auch gar nichts und das schuldet er gar nicht. Wenn ich einen Fehler mache, ist kein Problem, ich entschuldige mich sofort. Ich habe mich auch entschuldigt, dass ich vergessen habe, den Kollegen einen Controller zu schicken. Der hatte dann seinen Namen auf Instagram gewechselt, habe dann später herausgefunden, wie er dann heißt. Habe dann mit ihm geschrieben, habe gesagt, ey es tut mir leid, ich schicke dir das rüber und so. Und im Nachhinein hieß es dann, von dir will ich keinen Controller annehmen, weil da muss ich ja meine Hände mit Salzsäure waschen. Also gehen wir wahrscheinlich davon aus, dass der Typ, von mir mir dann so krass gebrainwashed ist, dass er dann solche verrückten Aussagen dann tätigt, ist auch ziemlich eklig. Und da wurde mir jetzt nicht die Chance gegeben, so ey ey, irren Mann, Red hat sich entschuldigt, es stand gerade. Nein, da hieß es einfach Red, ekliger Typ, Scammer. Da wird man einfach komplett angeschickt. Oh, ApoRed, das arme Opfer. Er muss die Geschichte falsch erzählen, damit man Mitleid mit ihm hat. Oh Gott, jetzt kommt's. Der zweiten und vierten Teil der ApoRed Videoreihe an für mehr Details. ApoRed stellt die Sachen nämlich falsch dar. Grob gesagt war der Ablauf so, dass Luca in diesem Video hier als Gewinner gewählt wurde. Ab dem Zeitpunkt hat er dann mit ApoRed auf Insta geschrieben, bis Red ihn eben geghostet hat. Fünf Monate später habe ich darauf hingewiesen, dass ApoRed den Controller nicht zugesendet hat und Luca ignoriert. ApoRed hat dann kurz darauf drei Videos hochgeladen, wo er bezüglich des Gewinnspiels sagt, dass jemand anderes schuld sei, dem er die Aufgabe gegeben habe und dann nicht weiter verfolgt hat. Anstatt das dann aber selber in die Hand zu nehmen, meinte er, dass Luca sich bei ApoReds Cutter Waynu melden soll. Obwohl ApoRed doch schon mit Luca im Dialog war. Und jetzt erzählt ja ApoRed, dass er es scheiße findet, dass man ihn nicht Ehrenmann nennt. Und da wurde mir jetzt nicht die Chance gegeben. So, oh ey Ehrenmann. Ehrenmann. Es stand gerade, nein. Ja du Ehrenmann, hättest auch mal erwähnen können, dass ich Luca am Ende den Controller, PS4 Pro und Luca das Lieblingsspiel gekauft habe. Luca scheißt auf deinen Controller. Und da kam auch der Salzsäure-Spruch ins Spiel. Ja schon scheiße, wenn das Penthouse so riesig ist, dass du den Weg nicht nach draußen findest. Hey ApoRed, ich will den Controller gar nicht mehr haben, weil dann müsste ich meine Hände ja in Salzsäure waschen. Offensichtlich als Joke in Anlehnung an ApoReds gespielte Betroffenheit, als Carina im Privatchat... Jo, wahrscheinlich Privatchat. Ja, aus dem Familienbesitz wahrscheinlich. Offensichtlich als Joke in Anlehnung an ApoReds gespielte Betroffenheit, als Carina im Privatchat einen offensichtlichen Joke gemacht hat und ApoRed daraus Rassismus machen wollte. Du sagst ja noch hinterher und dann kommt er noch an und fängt an, meine Schulter zu massieren. Why? Ich muss mir die Schulter jetzt mit Salzsäure waschen. Du hast es als Witz empfunden, ne? Du meinst ja, es ist ja ein Witz und ha, ha. Ganz ehrlich, was für ein Abschaum musst du mich halten, dass du sagst, dass wenn ich dich anfassen würde, dass du es mit Salzsäure waschen würdest? Bin ich so ein Abschaum für dich? Bin ich so dreckig für dich? ApoRed hat doch gegen irgendeine so in einem Video gemacht damals, gegen, was weiß ich denn mal, nicht Carina, sondern die andere da, die er berührt haben soll. Da hat er doch die ganze Zeit gesagt, du dreckige, du hässliche ApoRed, du dreckige. Was ich halt ein bisschen traurig fand, dass er mich bei einem Video Wichser genannt hat, einfach so random mäßig. Mann, ich denke mir so, diese dreckige, kleine, diese dreckige, ehrenlose, oh, Digga, weißt du? Mann, ich hab mir gedacht, Digga, diese dreckige Lügnerin, warte, du dreckige Lügnerin. Oh Gott, in meinen Augen müsst ihr doch größer abschrauben, aber warte, du bist so ein dreckiges Wesen. Halt deine Fresse mit deiner Lügenstory, du dreckige, oh mein Gott, ich werde die Lügsten so hart beleidigen, aber ich kann nicht, Digga. Halt das Maul, du redest jetzt weiter, Digga. Halt das Maul, Digga. Du musst einfach nur abschauen, aber hör mir, du bist so eine dreckige. Und da riecht es sich einmal auf, dass er einmal dreckiger genannt worden ist, mein Junge, Digga. Weg da. Ich hab auch, dass ich dir ein Bild angefasst habe und du es ja mit Salzhöhre waschen musst, weil ich ja so der unterirdischste Schmutz auf dem Universum bin, anscheinend in meinen Augen. Ja, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man so Sachen wie Salzhöhre und so erwähnt, ne, weil das glänzt schon meiner Meinung nach fast nach Rassismus. Und was macht ApoRed jetzt? Halt das halt wiederum. Ja, leg weg, Mann, du Hund. Das ganze Nanogaming-Controller-Gewinnspiel-Thema wird übrigens noch dümmer, dadurch, dass wir seit meinem letzten Video wissen, dass ApoRed ins gleiche Haus mit Nanogaming gezogen wird. Oh mein Gott, das war so wild. Und es trotz dieser Konstellation nicht gebacken gekriegt hat, den Controller einfach zuzuschicken. Dann gesagt hat, dass er ab jetzt nur noch mit seriösen Firmen zusammenarbeiten wird. Zukünftig werde ich das auch so machen, dass ich Gewinnspiele nur mit einem Partner mache, einem seriösen Partner. Und was macht ApoRed, nachdem er mit Level Up und Kadena nochmal versagt hat? Macht noch ein Gewinnspiel mit Nanogaming, die sich in NanogX umgenannt haben. Okay, Freunde, der Allerechte hat für euch was ganz Süßes organisiert. Und zwar kennt ihr eine Playstation 5, drei Controller und, ja, ein Headset-Gewinn auf ganz süße Basis. Da müsst ihr einfach meine nächste Story... Ganz, ganz süß von mir. ...dass ich mich damit machen. Das Ganze in Kooperation mit NanogX. Und diesmal noch unseriöser. Denn die Gewinner werden nicht öffentlich preisgegeben, sondern privat angeschrieben. Heißt, es ist unmöglich zu erfahren, ob überhaupt jemand gewonnen hat. Denn wenn sie einfach niemanden anschreiben, kann sich auch keiner beschweren, dass nix angekommen ist. Gerade als Firma mit so einem Werbepartner und so einer Bewertung auf Trust... 1,9... Uh, 1,9... Ah, schwierig. ...wär es doch das Mindeste zu versuchen, transparenter zu sein. Und auch ApoRed kann ruhig mal etwas transparenter über seine geschäftlichen Verbindungen reden. Oh, oh, was passiert jetzt? All in diesem Part will ich nix beweisen, sondern Auffälligkeiten ansprechen. Das, was ich gleich aufliste, kann man mindestens unter die Kategorie WTF, was für ein seltsamer Zufall einordnen. Just Nero, Herr Newstap und der Tommik hatten damals jeweils ein Video gemacht. Da ging es darum, dass ApoRed zugeschickte Klamotten von der Firma Deadstock hochgehypt hat und es nie als Werbung gekennzeichnet hat. Es war aber nicht nur ein ungekennzeichnetes Product Placement, sondern die Firma hat einfach fast ausschließlich ApoRed selber gehört. Was? Alter. Nein, niemals. Im Impressum wurde aber ein anderer als Geschäftsführer eingetragen. Okay, so weit, so gut. Das Impressum von Nanogaming mit dieser URL sieht so aus. Okay. Wenn man in die URL aber statt Impressum Imprint schreibt, was einfach nur das englische Wort für Impressum ist, steht unter dieser URL plötzlich Deadstock als Impressum. Was? Nein, niemals. Oh, Digga. Er wird so zerstört. Die Telefonnummer ist nahezu identisch. Das sieht bloß wie eine andere Durchwahl am Ende aus. ApoRed hat wie gesagt auch im gleichen Haus wie Nanogaming gewohnt. In wie... Also ApoRed gehört wahrscheinlich Nanogaming. Inwiefern ApoRed seinen schüchternen Pimmel mit Teppichgeschmack also auch irgendwann mal bei Nanogaming drin hatte, weiß ich nicht. Aber es ist mindestens seltsam. Ich finde es auch ein krasser Zufall, dass das aktuelle Deadstock-Impressum Rotenbrückenweg 10 genau da ist, wo auch das Better Call Sweets Impressum ist, die drei Gewinne bei dem Level Up Germany Gewinnspiel beigesteuert haben. Nein. Oh Gott, ist auch noch Cardena, oder? ...hat zwar ihren Sitz in Düsseldorf, wenn man aber auf das Widerrufsformular klickt, wird man aufgefordert, die Sachen auch an die Anschrift zu senden, die auch Deadstock und Better Call Sweets hat. Wie gesagt, das muss jetzt noch nix heißen, aber die Berührungspunkte sind zumindest interessant. Als ApoRed gesagt hat, dass er sechs oder sieben ernste Unternehmen noch führt, war das also nicht gelogen, sondern sein Ernst. Vielleicht Zufall, oder vielleicht auch ein allerechter Kreiswegsverein. Man leist es nicht. Was man aber weiß ist, dass kein Gewinner etwas bekommen hat, nach mittlerweile über einem Jahr und mehrfaches darauf aufmerksam machen. ApoRed meint jetzt, das sei die Schuld von Level Up Germany. Das steht natürlich im Widerspruch zu seinem Versprechen, dass er nur noch mit seriösen Firmen zusammenarbeitet. Aber ApoRed besteht darauf, dass er die Seriösität vorher gecheckt hat. Seine Seriösitätskriterien bei Level Up Germany waren, dass es eine GmbH ist und dass sie zusammen Essen waren. Ach übrigens, nicht wundern, den Clip hier habe ich nicht vorgespult. ApoRed kann einfach so schnell reden, weil sein Hirn nicht so viel Sauerstoff nutzt. Es kursiert ja das unlogische, dumme Gerücht, dass ich bei Gewinnschirmen gescammt habe. Ich habe ja zuvor gesagt, dass bei Gewinnschirmen nur mit seriösen Firmen arbeiten will. Das heißt, wenn er zu einem Horst von der Ecke kommt und sagt, ey, lass mein Gewinnschirmen machen mit fünf Bier, du. Da schreibt er keine Seriosität aus, okay. Jetzt wird aber als Beispiel genommen für den angeblichen Scam das Gewinnschirmen mit der Firma Level Up Germany. Okay, der Kontakt kam durch einen Freund, der selber Geschäftsmann ist. Level Up Germany ist eine GmbH, habe ich erst mal gesehen. Okay, das heißt, eine Gesellschaft, da waren auch mehrere Leute drin und die haben 25.000 Euro, ne, erst mal als Stammkapital eingetragen und das Ganze notariell beglaubigt, ne. Deswegen auch eine GmbH, das heißt, das klingt erst mal sehr seriös. Okay, der ganze Kontakt war nicht nur über WhatsApp und E-Mail oder was auch immer, sondern wir hatten auch ein Geschäftsessen gehabt, okay. Da fragt man sich, warum das für die anderen Firmen kein Kriterium war. Denn Nanogaming und Cadena sind Einzelunternehmen. So ein Gewerbe kann man für 26 Euro anmelden. Nanogaming ist nicht mal notariell beglaubigt. ApoRed hat sich bei Level Up Germany im Nachhinein irgendwelche Pseudopunkte herangezogen. In Wahrheit hat er aber einfach nur die Kohle mitnehmen wollen. Der Typ ist viel zu faul, um irgendwas zu prüfen. Das ist doch offensichtlich. Ach, und falls es jemand noch nicht selber gepeilt hat, will ich kurz festhalten, dass es hier nicht um die Gaming-Booster-Firma Level Up geht, die sich auf Insta Level Up Deutschland nennen, sondern... Es haben so viele gedacht. ...eine andere Firma, die sich auf Insta Level Up Germany nennt und vor der ApoRed-Kooperation nicht mal Follower hatte. Auf deren Webseite, die mittlerweile down ist, gab es nie ein Impressum, sondern nur ein Kontaktfeld, worauf sie bei mir zumindest nie reagiert hatten. Und ich hatte denen geschrieben, bevor ich das mit dem Gewinnspiel alles überhaupt öffentlich gemacht habe. Also wie man sehen kann, durch und durch äußerst seriös. Aber es geht noch weiter. Wenn man guckt, wer die Geschäftsführer von Level Up Germany sind, taucht da unter anderem Vural Saritas auf. Den habe ich schon in Payback 28 behandelt. Der war damals schon für seine fragwürdigen Geschäftspraktiken bekannt und abgesehen davon bei der Gang-To-SD-Kartensache dabei. Vural Saritas ist auch Geschäftsführer von Better Call Sweets, die wie schon erwähnt drei Gewinne beim Level Up Gewinnspiel platziert haben. Ach du Scheiße. Die übrigens ebenso nie eingelöst wurden, auch nicht von Better Call Sweets selber. In welchem Verhältnis steht ApoRed eigentlich zu Vural Saritas, abgesehen davon, dass sie sich weiterhin auf Instagram folgen? Ich bin bei der Weihung mit meinem Kollegen Vural hier und ich denke, ich trinke allein meinen Kaffee. Oh mein Gott. Was geht ab, Leute? Genau. Vural ist ein guter Freund von mir. Ich kenne ihn mega lange. Er merkt aktuell auch so ein bisschen meine Musik. Das heißt, wenn Baba Songs kommen, bedankt euch auch bei ihm, ne? Danke, Vural. Das heißt, dass bei Level Up war nicht irgendeine fremde Scammer-Firma für ApoRed, sondern er war mindestens mit einem der Geschäftsführer schon viele Jahre Bros und es ist scheinbar auch weiterhin. Die Webseite von Better Call Sweets, genauso wie die Level Up-Webseite, sind nach meinem Video offline gegangen. Level Up Germany hat die Kommentare bei dem ApoRed-Post auf Instagram ausgestellt, geschrieben, dass das Gewinnspiel beendet ist und bei den Story-Highlights wurden die Storys über die Gewinner gelöscht. Und ich frage mich, wo sind denn die Gewinne hin? Hier steht ApoRed auf dem Jacques-Parkplatz in Barmbeck und hier hat ApoRed die Gewinne bei sich zu Hause in Yenfeld. Puh, guckt mal, Leute, was sich hier in meinem Wohnzimmer gesneakt hat. Das ist ja alles für euch, Leute, ne? Ganz entspannt. Das ist mit einem dicken Gewinnspiel, Freunde, was ich gerade habe. Wenn ich alle Kartons von mir auspacken würde, hinstellen würde und sagen, dass das jetzt ein Gewinnspiel ist, ich könnte das krasseste Gewinnspiel überhaupt machen. Ich könnte so ein fettes Gewinnspiel machen, aber ich frage mich. Er müsste einfach nur meinen neuesten Post abchecken, okay? Es ist mega einfach, das hier zu catchen. Steht alles unter meinem Post, okay? Könnt ihr einfach schnell wieder durchlesen. Wie gesagt, es ist ganz easy. Es gibt mega viele coole Sachen zu gewinnen. Na, ihr seht es ja gerade. Ja, checkt es auf jeden Fall ab, Freunde. Ganz, 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 ganz wichtig. Was ist danach passiert? Sehr cool. Wo sind die Gewinne hin? Scheinbar gab es die Sachen ja. Und was? Wo die Gewinne hin sind wahrscheinlich? Beim Amazon Rückversandslager. Was ist mit dem 25.000 Euro Kapital bei der GmbH? Warum könnt ihr nicht damit das einlösen, was ihr versprochen habt? Ihr labert was von sei ein Teil der coolsten Community Deutschlands. Das Erste, was ihr macht, ist diese Community zu verarschen. Und dann lügt ihr auch noch. Die coolste Community habe ich nämlich. Und wir sind hier nicht bei Wünscht dir was, ihr Scheißversager. Aber es gab ja nicht nur Gewinnspiele, wo Leute nichts bekommen haben. Und ich habe auch Leute abgezogen, wo ich meine privaten Sachen verkauft habe. Digga, ich habe irgendwie 500 Sachen von mir verkauft. Also jetzt von meinem Personal Stuff, ne? Ja, und 500 Sachen müssen dann auch verschickt werden. Oder Geld zurück. Über Kleiderkreise, über eBay-Kleinanzeigen, ne? Meine Accounts haben 4,9 Sterne von 5 gefüllt, ne? Also kann ich mal hier kurz einblenden. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier irgendwo aufs Gärmau unterwegs. Dass er auch nicht seine gesamte Bewertung zeigt, sondern auch nur einzelne Bewertungen. Erstens blendest du hier auch Bewertungen ein, wo du selber offensichtlich Käufer warst und nicht nur Verkäufer. Und zweitens, wenn sich 10 Leute jeweils ein Eis kaufen und einer hat keins bekommen. Dann gibst du dem entweder noch das Eis oder er kriegt sein Geld zurück. Da kannst du nicht sagen, hä, die 9 Leute fanden das Eis aber geil. Den einen hast du dann doch trotzdem abgezogen. Und in deinem Fall hast du ihn ja wirklich abgezogen. Denn er hat dir mehrfach E-Mails geschrieben. Ich habe darauf hingewiesen. Und dann sagst du das hier. Ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm. Ich habe es nie nötig gehabt, da irgendjemanden zu scammen wegen 100 Euro oder sonst was. Das würde ich aber nicht machen, wenn mal irgendwo ein Fehler unterlaufen ist, aber es auch nie absichtlich ist, okay? Ich sehe mich auch wirklich, dass ich nicht irgendwie in einer rechtfertigung, dass ich jetzt irgendwo ein Scam bin, aber es auch nie über den zu scammen ist. Ist da gerade der gleiche Typ viermal vorbeigegangen? Okay. Auch die da. Scam wegen 100 Euro oder sonst was. Das würde ich aber nicht machen. Eins. Wenn mal irgendwo ein Fehler unterlaufen ist, dann war es auch nie absichtlich, okay? Ich sehe mich auch wirklich, dass ich nicht irgendwie... Vier. ...rechtfertigen, dass ich jetzt irgendwo ein Scammer bin oder sonst was. Es ist so dumm und es ist so lost, Freunde. Wenn du es vergessen hast und jetzt immer noch das Geld nicht zurückgibst, dann bist du ein Betrüger. True. Du kannst die E-Mails einsehen. Du hast seine Bankverbindung. Du wurdest öffentlich drauf hingewiesen. Kannst jetzt nicht mehr sagen, dass du davon nichts weißt. Und entscheidest sich trotzdem dagegen, irgendwas auszubessern. Was bist du denn jetzt sonst, wenn du kein Betrüger bist? Und apropos Geld. Aber Red behauptet nach wie vor, dass er nirgends vor Gericht verloren hätte. Oh Gott. Ich habe behauptet, ich habe vor Gericht verloren. Zeigt das Gerichtsurteile. Ich habe bis dato gar nicht der Fall ist. Ich habe bis dato, bis heute, wo ihr gerade das hier seht, noch nirgends wo von irgendeiner Schrittperson die Scheiße habe ich behauptet, vor Gericht verloren. Bis heute. Das ist wieder eine Lüge. Er hat bis jetzt alle zivilrechtlichen Klagen vor dem Landgericht Köln verloren. Die Sachen hatte ich auch schon eingeblendet und man findet es auch in zensierter Form bei Open Your. Das ist eine Rechtsprechungsdatenbank. Link in der Beschreibung. Stand jetzt steht nur noch ein zusätzliches Urteil aus, was wir wahrscheinlich im September erst haben. Alles andere ist faktisch durch. Wenn er nirgends verloren hätte, warum wurde er dann auf 2000 Euro Ordnungsgeld verklagt? Ich habe auch schon gezeigt, dass er beantragt hat, das in Raten zu zahlen. Was bei 2000 Euro schon etwas merkwürdig ist als absoluter Rich Guy. Und jetzt kommt das Krasse. Er hat es nicht mal geschafft, in Raten zu zahlen. Er hat keinen Cent bezahlt und bei Gericht bis heute eine veraltete Wohnadresse angegeben, wo man ihn nicht auffinden kann. Aua, das wird teuer. Oh nein. Mit dem Gericht darf man nicht ficken. Mit dem Gericht darf man nicht ficken. Das wird fucking teuer. Aua. Aua, aua. What the fuck, Alter. ApoRed versteckt sich derzeit und drückt sich vor dem Gerichtsvollzieher. Das ging sogar schon so weit, dass das Gericht uns quasi schon gefragt hat, ob wir wissen, wo er zu finden ist. Denn auch beim Einwohnermeldeamt ist nur eine veraltete Adresse hinterlegt. Erstmal ernsthaft, wie krass kann man als Investigativjournalist sein, wie Mimi, dass sogar das Gericht ihn um Hilfe bittet? Wie krass muss man sein? Aua Red versteckt sich in dieser Bude hier, zieht den ganzen Prozess nur künstlich in die Länge und verursacht damit neue Kosten für den Staat. ApoRed ist asozial. Aber natürlich muss er auch mit seinem Rauffasertapetenversteck flexen. Nein, oh Gott. Wenn er sogar, wenn er sich vor Gericht versteckt, vom Staat flieht in seiner kleinen Rauffasertapetenwohnung und sogar damit muss er flexen. Heute eine ganz, ganz knackige Wohnungstour. Ich habe auch hier vieles in die Mitte platziert, weil jetzt die Tage, wenn ein oder andere malende Hase kommt, die Wandfarbe wird verändert von Weiß auf Altweiß. Ja, Freunde, wir haben hier auf jeden Fall ein Wohnzimmer, stabile Fenster erstmal. Ohne Gardinen, muss man natürlich dazu auch erwähnen. Und dann haben wir die Terrasse. Die Terrasse ist todesheftig. Ich kann das nicht viel... Wo ist das todesheftig? Ich würde sagen, das ist ein schöner, netter, kleiner, gemütlicher Balkon, der ein bisschen sauer gemacht werden muss. Aber warum sagt man, das ist eine todesheftige Terrasse? Wir zeigen, wir haben keinen Bock, dass man jetzt irgendwie liegt, wo der Hase sich gesneakt hat. Es ist auf jeden Fall eine stabile, durchgehende Terrasse. Da ist auch noch ein Fenster, das so rüber zur Küche geht. Also da, wo ich herkomme, nennt man deine todesheftige Terrasse, Balkon. Wir gehen rüber zur Küche, Freunde. Und da ist so das Einzige, wo ich sage, was mich so ein bisschen stört. Sonst finde ich die Wohnung perfekt in jeder Hinsicht. Schnitt, Größe, Lage sowieso. Meine Lage ist für mich die beste in Hamburg, deswegen habe ich mich auch für diese Wohnung entschieden. Diese Wand, Freunde, ich hatte mir gedacht, komm, ich schnippel da so vielleicht ein bisschen hier rum, so ein bisschen hier, man kann ja vielleicht auch so eine Kochinsel hinzusnicken. Ja, erst die Wand streichen und dann die Wand einreißen, das ist die richtige Reihenfolge. Schön groß, schön breit auch, das ist perfekt geschönt für mich. Das heißt, das süße Wohnzimmer, die Küche und eine stabile Flur, schön breit, schön groß. Schön breit, Alter, gerade mal die Tür geht auf, was für schön breit. Noch schmaler kann der Flur durch die Wohnungstür zwar gar nicht sein, aber vielleicht kannst du den ja noch breit bauen für 120.000 Euro und 600 PS. Ach, ich will natürlich nicht viel zeigen über das Fenster und mein Fernsehen, Adresse, bla, bla. Schön geil geschnitten, ich mag, dass das hier so schmal ist, das hat so leichte Hotelroom-Vibes, ne? Also es ist ja eine schöne kleine Wohnung, ist so. Aber warum muss man damit flexen, als wäre das ein 10 Millionen Euro-Villa so? Warum kann man nicht einfach sagen, ich habe eine kleine Wohnung jetzt? Warum muss man sagen, boah, Junge, 2 Millionen Euro Penthouse, let's go rein da, he he he. Ja, schon hat bis zum 2016 der Gangtour Hotelzimmer-Vibes, wo man mal vergessen kann, dass man Berührungsängste bei fremden Frauen hat, hm, das ist schon ein ganz niceer Vibe. Das ist ein schöner Raum, super geschnitten, ja, also wir haben hier fast 5 Meter Breite und Länge auch top, Höhe auch fresh, ne? Egal ob flache Decken oder bisschen höhere Decken. Richtig nice, auch relativ hohe, mega nice, ne? Für ApoRed ist die Deckenhöhe immer perfekt. Wenn ApoRed in einem Altbaum mit richtig hohen Decken wohnen würde, wäre die Deckenhöhe auch richtig fresh und mega nice. Das gleiche würde der doch auch in der Hundehütte sagen. Krass, 2 Latimer Kids gleichzeitig machen? Das ist zwar komplett Standard bei Vollautomat-Kaffeemaschinen, aber weil es ApoReds Kaffeemaschine ist, ist es ein geisteskrankes Premium-Feature. ApoRed würde auch bei einem Fahrrad hervorheben, dass seins sogar eine Klingel hat. Und man kann sogar bremsen. Mega nice, ne? Das ist ein Maul. Ich kann aber leider so ein bisschen diesen Personalisierknacken und diese leicht perfektionistische ApoRed in einigen Geschichten, auch in der andere Richtung jetzt. Wenn da herab ich so ein bisschen diesen Knacks, also ein kleiner Fun-Fact, fast alle meine Jeans und fast alle meine Jacken sind Maßgeschneidert, ne? Genau, fast alle Markenjacken hier wurden für den allerechten ApoReds extra in einer Maßschneiderei gefertigt. Junge, du hast höchstens mal eine Hose im Zara kürzen lassen. Aua, aua, aber cool. Optimal schön groß, also generell ist es sehr schön, ist sehr groß, ja fast 100 Quadratmeter und ich bin sehr zufrieden. Boah, ich würde da wahrscheinlich insgesamt locker ein Fuffi reinstecken müssen, damit der Hase so richtig optimal ist, aber da ist noch wirklich alle neuen Elektrogeräte, da sind auch, keine Ahnung, die dabei, ne? Boden würde ich lassen, denn für den Tod ist fresh, aber da sind viele Sachen dabei, ne? Wie direkte Beleuchtung und die komplette Einrechnung, alles halt, ne? Jetzt mal kurz Real Talk, wie wäre es denn mal, wenn du diese 50.000 Euro erstmal nutzt, um deine Schulden bei den ganzen Leuten zu bezahlen? Das wäre doch eigentlich viel angebrachter, findest du nicht? Aber leider kann man ApoRed nicht catchen. Es weiß weder das Einwohnermeldeamt, noch das Gericht, wo er ist. Und nein, es ist nicht die Adresse, die er bei der Bank oder bei den Insolvenzleuten angegeben hat. Da hat er nämlich noch nie gewohnt. Aber wer könnte denn jetzt noch die Adresse wissen, wenn... Nein. Sagt mir nicht, dass Mimi weiß, wo ApoRed ist. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott. Weder das Gericht, noch das Einwohnermeldeamt, die Bank oder die Insolvenzleute, die die Adresse wissen. Oh Gott. Ja, dreimal dürft ihr raten. Ihr habt meine Festplatte natürlich. Ich werde die aktuellen Adressen selbstverständlich nicht leaken, genauso wie ich nicht leaken werde, in welcher Garage der Range Rover gerade steht. Ich kann aber so viel garantieren, dass es nicht ApoReds Garage ist und auch noch nie war. Und zu ApoReds jetziger Wohnung will ich euch auch ein paar Sachen sagen. Erstmal vorweg, die Wohnung ist natürlich nicht von Red gekauft. Die einzige Immobilie, die er je besessen hat, war ja eigentlich nur sein Kartenhaus, was er selber gebaut hat. Also wir haben es hier mit einer normalen Mietwohnung zu tun. Die Wohnung ist jetzt aber nicht so eine über-freshe Wohnung, die er sich gesneakt oder gesaved hat, sondern er hatte gar keine Wahl. Denn das, was er hat, ist eine Sozialwohnung, die zugeordnet wurde. Das lief... Aua. Oh, das ist... Ah, das ist schlimm. Also, so... Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Sozialwohnungen sind ja fucking nice. Es ist gut, dass es sowas gibt, gerade für Leute mit niedrigem Einkommen. Aber das Operate halt sagt, dass er ein Multimitrilierer ist und in so einer Wohnung lebt. Muss man... Muss man auch was mal übers Hals bringen. ...über den sogenannten ersten Förderweg in Hamburg. Und ist für Leute mit einem niedrigen Einkommen vorgesehen, wo man mit einem Wohnberechtigungsschein wartet, bis eine Wohnung bereitgestellt wird. Es ist auch schon wieder sehr frech, dass er behauptet, dass sich die Wohnungen die wenigsten von uns leisten könnten. Ich habe jetzt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Das ist demnächst eine freshe, Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung. Okay, mitten in der Innenstadt von Hamburg. Das könnte sich die meisten voll Spack uns gar nicht leisten, die jetzt so dumme Sachen schreiben oder so dumm reagieren. Ist halt einfach Real Talk. Während die Voraussetzung für die Wohnung ein niedriges Einkommen ist. Der Quadratmeterpreis bei so einer Sozialwohnung darf nicht über 6,90 Euro liegen. Wenn die Wohnung knapp 100 Quadratmeter ist, wie er behauptet, dann kostet die unter 700 Euro. Und das Witzige ist, dass ihm, wenn er alleine wäre, nur 50 Quadratmeter zustehen. Heißt, damit ihm so eine große Sozialwohnung überhaupt zusteht, muss er sich die Wohnung noch mit mindestens drei anderen teilen. Der wohnt da nicht alleine. Du, Junge. Junge, Junge. ApoRed, der Multi-Trilliardär, wohnt in einer Sozialwohnung mit noch drei anderen Leuten. Tut aber so. Also was für eine ekelhafte Aussage ist das bitte in seiner Position zu sagen, dass die meisten von uns sich das nicht leisten könnten. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe selber schon einen richtigen Leute angeboten und war auch damals Containern, um Geld für einen PC zu sparen, um besser Videos produzieren zu können. Ich habe Obst und Gemüse aus Müllcontainern von Supermärkten gefressen, aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, eine komplett gegenteilige Fassade aufzubauen und andere damit zu fronten, dass sie neidisch auf mein Lifestyle sind, welchen ich überhaupt gar nicht habe. Das ist mit das Peinlichste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Und das macht ApoRed, ohne rot zu werden. Und genau der Typ versucht mich dann ganze Zeit als Psycho darzustellen. Vor wo kommt denn diese ganze Scheiße? Vor wem kommt denn diese dumme Scheißenergie? Wer ist denn diese Mainströmung von der ganzen Scheiße? ApoRed. Du bist doch Psycho-Knax hier wahrscheinlich im Self, Mimi. Kümmert euch doch lieber um ihn, wenn ihr so wichtig, ein Hobby-Psychologen seid, okay? Und plötzlich hat er was Krasses gegen mich in der Hand, was meine gesamte Glaubwürdigkeit bröckeln lässt. Und jetzt, wenn wir beim Thema Beweisen und richtigen Lügen sind, und auch bei Mimi, okay? Ja, das habe ich gesehen. Wie vertrauenswürdig ist dieser Kollege überhaupt? Das ist in einer seiner bekanntesten Storys auf ganz YouTube in seiner gesamten Laufbahn die SD-Karten-Geschichte, okay? Okay! Was auch immer die SD-Karte mit ApoReds Versager-Dasein zu tun hat, erschließt sich mir nicht ganz, aber ich gehe trotzdem mal im Schnelldurchlauf auf seine Punkte ein. ApoRed sagt, dass ich lüge, weil mein Bildschirm nicht aufgeklappt war, obwohl das überhaupt nichts an irgendwas ändert. Es ist so scheißegal. Ich hatte meine Legria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen. Hatte den gefilmt? Und der hat mich währenddessen mit seinem Handy gefilmt. Ja, lustigerweise hat dann Leon die Aufnahme geleakt, wie es dann wirklich aussah. Alles klar. Ich hatte meine Legria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen. Dein süßer Kollege KuchenTV sagt, du hast gelogen. Wie gesagt, es ändert nichts. Schaut dazu mein Payback 14, da bin ich schon auf den Punkt eingegangen. Und übrigens, KuchenTV hat gar nicht gesagt, dass ich beim Bildschirm gelogen habe. Deswegen konnte ApoRed diese angebliche Kuchenaussage auch gar nicht einblenden. Also lügt hier gerade ApoRed eigentlich. Aber gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe nicht am Anfang gesagt, dass wir das beide filmen, sondern mittendrin. Obwohl das auch überhaupt nichts an irgendwas ändert, weil Leon und ich sowieso beide in dem Moment schon gefilmt haben. Geil ist doch deine Lüge zu dem, was du angeblich direkt am Anfang gesagt hast. Gegenseitig die Kameras aufeinandergerichtet. Und dann meinte ich zu ihm, okay, lass uns das beide hier, den folgenden Dialog komplett filmen, sodass sich das keiner irgendwie zurechtschneiden kann. Dass du meintest, ey, lass den Dialog hier komplett filmen, sodass dir keiner was schneiden kann. Das hast du erst ganz, ganz spät gesagt. Das sieht man doch hier bei den YouTube-Videos. Das hast du nicht so am Anfang gesagt. Also was ist klar, was ist hier für ein Müll? Ich will aufnehmen, willst du? Ja, ich will. Wir diskutieren das vor der Kamera aus. Wie gesagt, es ist scheißegal, wann ich das gesagt habe. Es ändert einfach nichts. Und selbst wenn es so irgendwas ändern würde, könnte ich auch wie ApoRed argumentieren, dass ich doch gar nicht gelogen habe, sondern nur die Überheit gesagt habe. Und außerdem soll man mich nicht so wörtlich nehmen. Vielleicht meine ich ja was anderes. Und wenn ich so argumentieren würde, wäre der Unterschied zu ApoRed trotzdem immer noch, dass er sich durch seine Unwahrheiten immer Vorteile und Alibis verschaffen wollte. Im Gegensatz zu den SD-Kartenpunkten bei mir, die komplett belanglos sind, was Vorteile verschaffen angeht. Erklär uns mal, warum hast du da gelogen? War das einmalig? Ist es ein generelles Verhaltensmuster, dass du bei solch wichtigen Sachen lügst? Ja, gute Frage. Warum könnte ich da gelogen haben? Oh Gott. Mir fällt da nichts ein. Erklär du mir doch, was ich davon hätte. Du kennst dich doch daran viel besser aus, als ich, du Frevel. So, jetzt kommen wir noch zu ApoReds dritten Punkt. Er sagt, ich hätte diesen Clip als Videobeweis genommen, dass ich nicht undercover gefilmt habe. Dabei ist die Aufnahme des Clips erst gemacht worden, als Leon wusste, dass ich filme. Das Ding ist, ich habe das dafür nie als Beweis genommen, sondern ich habe damit gezeigt, wo du saßt. Und wenn du laut deiner Aussage von da gesehen haben willst, dass ich undercover filme, dann kann das ja schlecht undercover gewesen sein. Genau so habe ich das auch in meinem Video gesagt. ApoRed baut jetzt aber einen Strom an. Jetzt hat aber Leon in seinem Statement gesagt, dass du erst mal heimlich aufgenommen hast. So hat er die Kamera ungefähr hier in der Höhe gehalten, da hat sein Bildchen extra nicht aufgeklappt, damit man nicht sieht, was er will. Währenddessen hat er gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass er will, hat seine Kamera dann so ein bisschen locker nach vorne. Was ist eigentlich aus Leon geworden? Macht er noch was? So ein bisschen nach vorne gehalten, hat er noch meine Kamera gezückt. Leon hat gesagt, dass Mimi die Kamera so hatte, okay, er hat so heimlich aufgenommen, er hat ja noch einen Zeitpunkt genannt, und zwar vor seiner Handyaufnahme. Er hat ganz klar gestellt, und das versteht jeder dumme Drittklässler, dass er von den Zeitpunkten gesprochen hat, bevor Leon diese Aufnahme gemacht hat, okay, diese Geekaufnahme, die er auch gezeigt hat. Ich habe das Ganze auch bezeugt, und ich habe das Ganze auch bestätigt. Mimi hat wieder den Baba-Beweis und hat das wieder mal komplett rausgenommen. Jetzt kommt sein Beweis. Ich muss aber sagen, hat Mimi ein bisschen mit dem Goofy-Modus-Akt angefangen, indem er einfach heimlich aufgenommen hat. ApoRed hat also gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Mimi, wir sind ja auch gebrank, Bruder. Da wird gebrank, Bruder. Da wird gebrank, Bruder. Was kann man annehmen? Weil er saß da und hat gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Ja, wie heimlich kann ich denn gefilmt haben, wenn ApoRed das von da sieht? Richtig, ich habe gar nicht heimlich gefilmt, sondern offensichtlich. Leon sprach von einem ganz anderen Zeitpunkt. Er sprach von dem Zeitpunkt vor der Handyaufnahme. Also, kannst du doch nicht die Handyaufnahme als Beweis nehmen, weil es ja später stattgefunden hat, und du schöner kommst. Junge, du blendest mein Video sogar ein und erklärst meinen Punkt trotzdem falsch. Wie blöd bist du? ApoRed? Ja, ja, ja. Das soll der Beweis sein? Das sieht dir ganz eindeutig nach bewusster Manipulation aus. Ich liebe dieses Bild, Alter. Ich liebe diesen Emote von ihm. Genau, genau. Ja. Du nimmst Aufnahmen und manipulierst sie so für deine Aussagen. Sagt der, nachdem Abdel in seinem Video rausgeschnitten wurde, damit er sagen kann, dass er da mit den Jungs schon weg war. Okay, das war's zum SD-Karten-Thema. Und dann erzählt er nochmal Scheiße zum Carina-Thema. Bimmy hat nicht nur einmal, sondern mehrmals behauptet, dass ich angeblich gesagt habe, ja, der Carina-Chant ist gefakt, der Chant ist gefakt. Und er hat auch mal wieder hier Beweise gegeben, Leute. Aber Red meinte einfach, wir sind los, ich schläge. Und Red behauptet in Insta-Sorys einfach, dass die Verläufe doch Photoshop sind. Wollte man das Original hören, was eigentlich wirklich der Fall war, also ungeschnitten, unmanipuliert von ihm? Natürlich, der Carina-Sache haben mir das richtig viel in die DM geschrieben. Red, Digger, die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Wenn das wirklich gefakt ist, ist, wenn man das nachprüfen kann, aber bevor ich hier dicke Stations raushaue, wird erstmal erforscht. Ich habe nur lediglich gesagt, dass Leute auf mich zugekommen sind und meinten, dass der Chat nicht gefakt sei. Das ist ein harter Unterschied, als wenn ich sage, der Chat ist gefakt. Und zusätzlich dazu habe ich sogar den ganzen Chat noch als authentisch bestätigt. Ja, korrekt, dass du das auch mal erwähnt hast. Er behauptet, dass ich das nie erwähnt habe, dass ApoRed die Chats für echt befunden hat. Dabei habe ich das erwähnt. ApoRed hat da aber einen Cut am Ende gesetzt, wo ich das gesagt habe. So hat Carina ihre Sicht der Dinge erklärt. Ein Chatverlauf von 2016 eingeblendet und ApoRed meinte einfach, der Verläufe ist fake. Als Carina dann einfach zig Verläufe gepostet hat, waren die Verläufe dann plötzlich doch nicht mehr fake. Und dann habe ich das hier nochmal gesagt. Zuerst hat er gesagt, die Chats von Carina sind fake. Die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Die Schriften haben nicht gepasst, alles war schief, etc. Hat dann gesagt, dass sie echt sind. Er hat es von professionellen Grafikern prüfen lassen. Und ich habe auch gesagt, ich setze mich da mit meinem Designerteam zusammen, was ich auch gemacht habe am Ende des Tages. Und das hat sie am Ende des Tages herausgestellt, die Chats waren nicht gefällt. Und das habe ich dann auch in der Story gesagt, okay? Ja, ich würde das auch nicht direkt sagen, dass sie das irgendwie gefakt hat oder so. Weil ich habe anfangs auch gedacht, sie hat das gefakt. Bin ich ehrlich. Ich habe auch gedacht, sie hat irgendwie Verläufe gefakt. Aber es hat sich herausgestellt, dass es kein Fakt war. Das ist auch alles cool. Also halten wir an dieser Stelle kurz fest. ApoRed hat in seinem Turn-On-Video wieder Scheiße über mich gelabert. Aber es wird noch besser. Denn in meinem Entschuldigungs-5-Video habe ich noch das hier gesagt. Beim letzten Gerichtstermin im September hat er aber wieder die Position vertreten, dass der Chatverlauf fake ist. Und das beweise ich jetzt noch, denn ich habe das Anwaltsschreiben, was ApoRed vor Gericht vorgelegt hat. Hier hat er vor Gericht im Mai 2021 behauptet, dass die Chats fake seien. Und hier auch nochmal im August 2021. Und hier auch nochmal ein Jahr später im August 2022. Gleichzeitig sagt er in dem Turn-On-Video, dass er nie gesagt hätte, dass die Chats fake seien. Dabei hat er das offiziell vor Gericht behauptet. ApoRed natürlich wieder nur am Lügen. Aber schauen wir mal weiter, was er noch an meinen Videos zu kritisieren hat. Du nutzt deine Intelligenz nicht und deinen Cutter-Skill und deine brutalen Bearbeitungsskills nicht um irgendwelche Wahrheiten aufzudecken, sondern du nutzt sie, um zu manipulieren und um wahrscheinlich zu lügen. Genau. Und das machst du. Du nimmst Aussagen von mir, schneidest sie zurecht, nimmst irgendwelche Sachen, reiß die Kompilien aus dem Kontext. Guck einmal, ich bin gerade von Spontan angebrannt. Ey, das Beispiel ist geil. Leute, er sagt... Junge, ApoRed jetzt mal wirklich. Wie das sich verhält, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Schneidest sie zurecht, du nimmst irgendwelche Sachen, reiß die komplett aus dem Kontext. Ich meine, komm, eigentlich ist noch gerade von Spontan angebrannt. Ey, das Beispiel ist geil. Leute, er sagt... Hey, wenn ich habe gesagt, ich bin... Wie kann man so passiv-aggressiv-fake lachen? Der glaubt es wirklich, was er sagt. Der glaubt wirklich, ich glaube ich selber, dass er mega-rich ist und dass er Multitriller der ist. Der glaubt es selber immer noch. Der... Der sollte wirklich mal zum Arzt, ja. Irgendwie mit 14 Jahren oder so zum Islam kommentiert, okay? Er sagt jetzt, das ist gelogen. Das ist gelogen, weil... Leute, ich schätze, das muss ich jetzt mal kurz einbinden. Er hat doch nur gesagt, es ist überwahrscheinlich. Ja. Er hat nicht gesagt, dass es gelogen war. Er hat mich von einem Propheten Moabed. Den muslimischeren Namen kann man kaum geben. Er sagt, das ist gelogen, weil meine Eltern haben mich als Achmed genannt. Das ist gelogen. Deswegen kann ich ja gar nicht kommentiert sagen, das ist ein Beweis. Ich wollte damit nichts beweisen, sondern nur sagen, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass du irgendwann erst konvertiert bist, wenn man sich Herkunft den Namen anschaut und auch weiß, dass du in Deutschland und nicht Afghanistan geboren bist. Deine Eltern den Namen also nicht aus politischen Gründen geben mussten, um keine Probleme zu bekommen und trotzdem wurdest du wieder Prophet benannt. Also habe ich gesagt, dass du immer Moslem warst und nicht erst konvertiert bist. Und anstatt mal darauf einzugehen, ob ich Recht hatte oder nicht, lachst du mich nur künstlich aus? Aber jetzt brauchst du nicht mehr darauf eingehen, denn hier sagst du selber, dass du schon immer Moslem warst. Ich bin Moslem, ich bin von Islam überzeugt, ich bin sogar konvertiert, ich bin nicht mal als Muslim geboren oder aufgewachsen. Jetzt wollen wir alle mal sehen... Okay, als Muslim geboren bin ich ja eigentlich, weil das ja laut dem Islam jeder ist, aber egal. Auch geil, dass er sich selber langsam widerspricht. Er merkt selber, dass er nur noch scharste labert. Auch irgendwie geil, dass er auf seinen eigenen Clip reagiert und quasi selber sagt, dass er da Bullshit redet. Warum lachst du mich dann überhaupt aus? Ich find's auch übrigens interessant, dass du dir genau diesen Punkt raussuchst mit dem Namen und nicht auf den Rest des Islam-Themas meiner ganzen Videos eingehst. Ich hab nicht nur 10 Sekunden darüber geredet, du pickst dir aber nur 10 Sekunden raus und kannst nicht mal auf die richtig eingehen. Wahrscheinlich machst du um die restlichen Sachen einen Bogen, weil du nicht eine Stunde am Stück künstlich lachen kannst, ohne dass auffällt, dass du gar keine Argumente bringst. Ich denke, es wird klar und ersichtlich, dass deine Beweise überhaupt keine Beweise sind. Klar, hier und warte bei irgendwelchen belanglosen Sachen recht. Ja, das ist alles belanglos, wo ich recht habe. Lasst uns lieber über den Bildschirm reden, der vor 6 Jahren nicht aufgeklappt war, denn das ist bewusste Manipulation. Mhm. An dieser Stelle, ich liebe meine Fans, grüße die Trauers, ich weiß, meine Fans sind immer hinter, ich liebe euch von Tag 1, egal, auch ganz in der Ream, die viel geblieben am Start sind. Ja, die Liebe... Dass er auch wirklich wieder versucht, das parasoziale Verhältnis zwischen sich und seinen noch vorhandenen Zuschauern nochmal so zu stärken und sagen, ey, ihr kennt mich, ihr steht immer hinter mir, ich stehe immer hinter euch, wir sind so quasi. Dass er versucht, das nochmal zu stärken und auch versucht, so die Letzten überreden, dass sie noch zu ihm so sind. Junge, dass er das so ausnutzt, Alter, das ist so ekelhaft. Wie bemerkt man auf jeden Fall an den ganzen nicht aufgelösten Gewinnspielen? Ich sehe euch auch immer in den Kommentaren, wie ihr immer mit mir steht, wie ihr wisst einfach, dass Scheißke da war. Ihr habt volles Vertrauen. Wisst ihr warum? Weil ihr mich kennt. Und diese kleinen Goofies, die kennen mich doch gar nicht. Die behaupten, ja, es gab einen Rangstormer hier und da gewünscht. Die haben doch gar keine Ahnung über mich nicht. Tut mir leid, ich, Main Character, ihr Sidechicks und das wird sich auch nicht ändern, die kleinen Goofies. Nee, ich korrigiere es kurz. Ich... Geringverdiener... Papatastisch. Papatastisch, Alter. Und UpRash liebt natürlich seine Fans. Deshalb gibt er seit neuestem Fitnesstipps, wie er von 110 Kilo auf 82 Kilo abgenommen hat. Wie hat dieser Mann 28 Kilo abgenommen, Freunde? Von 110 auf 82. In welchem Zeitraum? Weiß er selber nicht. Freunde, ich konnte nicht etwa 30 Kilo abnehmen über 3, 4 Tage. Das hat doch schon längeren Zeitraum gebraucht. Den genauen Zeitraum weiß ich selber nicht. Er blendet nur irgendwelche Bilder ohne Datum ein. In einem Twitch-Stream sagt er dann, dass die Bilder von 2018 sind. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe 28 Kilo abgenommen. Ja, also noch irgendwie Mitte, Ende 2018 boge ich 110. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich wiege da etwa 110. Und jetzt bis vor kurzem boge ich 82. Wobei er jetzt wieder um die 85 Kilogramm wiegt. Guck mal, ich wiege jetzt, wie gesagt, knackige 85, 85. Ich wiege jetzt um ungefähr 85. Für die Leute, die gefragt haben, wie viel wiege ich, ich wiege aktuell 85. Im Februar beim Boxkampf boge er übrigens schon 89 Kilogramm. Mal ganz kurz eben rausschauen. Oh Gott, das geht immer bergab. 82. Also zuerst. 110. 82. 84. 85. 85. 89. Es wird immer wieder schlimmer. Je Broker er wird, desto schlimmer wird's. 89 Kilogramm. Das meiste muss er also in den über drei Jahren vor dem Boxkampf verloren haben. Was ihm beim Abnehmen geholfen habe, waren die Produkte von Better Balance. Sie hätte er auch schon vor der Werbekooperation verwendet. Ist das auch seine Firma, oder was? By the way, Freunde, mit dem Code Red könnt ihr da auch nochmal auf lecker Schwecker 10% sparen. Es lohnt sich wirklich, Freunde. Ich habe solche Dastungen, bevor ich mit dem Verparten war. Das ist einfach so eine Sache, die nutze ich, die brauche ich. Also wenn ich abnehmen will, ohne meine Erdnuss-Hausi unmöglich. Und in seinem Raufwasertapeten-Wohnungs-Room-Tour-Video sagt er auch, dass die Sachen ihm beim Abnehmen und sogar Aufbauen geholfen haben. Das sind so Sachen, die am Ende des Tages schön geholfen haben, ne? Abzunehmen, aber auch aufzubauen. Ich sag's euch, das hat mir sehr viel geholfen. Also zum Abnehmen hat mir das sehr viel geholfen. Es ist halt etwas schwer zu glauben, wenn... 613 Follower. Das gehört fett ihm. Das ist fake. Ich call jetzt, das ist fake. Das gehört ihm. Zu... Oder irgendeinem Geschäftspartner, wo wieder in der gleichen Wohnung wohnt. Das zu 99,9% gehört ihm. Ja, genau. Wenn Better Balance die Produkte erst Ende Mai diesen Jahres beworben haben. Wann genau will er damit angefangen haben, aufzubauen oder abzunehmen? Aber unabhängig davon gibt er auch etwas seltsame Abnehmen-Versprechen. Blumenkohlreis, dann macht ihr noch, keine Ahnung, Garnelen, Wildlachs und dann macht ihr noch diese Erdnuss-Soci und Brokkoli oder, keine Ahnung, Karotten oder was auch immer. Und das ist vorbei. Die Kombination ist vorbei. Ihr könnt dadurch wirklich innerhalb von einem Monat 5, 6, 7 Kilo abnehmen. Ne? Also das ist kein Spaß. Das ist klar kein Spaß. Es ist natürlich individuell, aber es gibt so eine Milchmädchenrechnung. Wenn du ein Kilogramm abnehmen willst, sind das ungefähr 7.000 Kalorien, die du verbrennen musst. Heißt, für ein Kilogramm in der Woche müsstest du im Schnitt pro Tag 1.000 Kalorien im Minus sein. Ein Kilogramm die Woche abnehmen gilt eigentlich schon, ich sag mal, als das obere Limit, was realistisch und auch gesundheitlich unbedenklich ist. ApoRed redet hier aber nicht von 1 Kilo, sondern von 1,25 bis 1,75 Kilogramm pro Woche abnehmen. Das bedeutet ein tägliches Defizit von bis zu 1.750 Kalorien, um euch das besser vorstellen zu können, wie viel Energie das ist. Das sind in etwa 1,5 Kilogramm gekochter Reis pro Tag, die ihr Minus machen müsst. Oder 2,5 Kilogramm Kartoffeln. Oder ca. 25 bis 30 Kilometer pro Tag joggen. Ich stell mir gerade, wie ApoRed in der Früh aufsteht, ein Stück Brokkoli isst, dann 4 Stunden ins Fitnessstudio geht und dann den restlichen Tag nix mehr isst. Sein Gelaber ist so irreführend, besonders wenn er dabei dann noch Muskeln aufbauen will. Beim Boxkampf boge ich noch 90 Kilo und ich hab da hin und schnell nochmal 8 Kilo abgenommen und übertriebene Muskelatur noch aufgebaut. Es geht. Aber ApoRed, der Fitnessexperte, es geht einfach, Leute, es geht. Zehn Kilo versuche ich innerhalb von 30 Days abzutaken. Zehn Kilo in 30, also in 30 Tagen abnehmen, ich denke, ist doch sehr interessant. Da würde ich doch zeigen, so vielleicht, was ich noch esse, wie ich trainiere, was ich mache. Zehn Kilogramm in einem Monat, das sind zweieinhalb Kilogramm pro Woche, was 2.500 Kalorien pro Tag minus sind. Das ist absolut insane. Wenn ApoRed nix macht, verbraucht er circa 1.900 Kalorien pro Tag. Einfach für die Lebenserhaltung. Heißt, damit er in einem Monat 10 Kilo abnimmt, reicht es nicht mal ansatzweise, 30 Tage lang nix zu essen. Heißt, er müsste sich zusätzlich noch viel bewegen oder Sport machen, während er hungert ohne Ende. Was tut man nicht alles, um Geld zu sparen? Uh, der war böse. Aua. Aber was hat ApoRed eigentlich danach geplant? Nur für das Video und einfach für meine Ungeduld werde ich in einem Monat versuchen, 10 Kilo abzunehmen. Und danach wollte ich, ja, auf lecker Schmecker, einen Monat Kreatin nehmen. Weil ich habe jetzt noch kein Kreatin genommen. Ähm, und dann wollte ich einmal so schön den Baba-Kreatin-Kur nehmen. Kreatin ist an sich ziemlich safe, es steht aber im Verdacht, bei manchen Leuten den Haarausfall zu fördern. Dieser Einwand kommt auch im Chat und ApoReds Antwort dazu ist äußerst interessant. Geiles Gefühl, wenn dir die Haare ausfallen. Das ist, glaube ich, darauf bezogen, dass es gibt ja die Theorie, dass man mir Kreatin nimmt, dass dadurch der Haarausfall gefördert wird. Selbst wenn es der Fall ist, selbst, selbst wenn, ja, also ich bin ehrlich, ich habe wahrscheinlich die Haare von meiner Mama geerbt und sie hat echt stramme Haare. Ich bin ehrlich, ich habe eigentlich auch eine relativ stramme Haare. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt eine Halbgaz auf den Kopf bekomme. Das heißt, selbst wenn der erblich bedingte Haarausfall gefördert wird, der scheint bei mir einfach gar nicht so richtig am Start zu sein. Deswegen, Leute, mal kein Auge, weit auch damit. Also, er befürchtet nicht, dass bei ihm der erblich bedingte Haarausfall gefördert wird, weil er hat ja gar nicht die Veranlagung für Haarausfall. Ähm, ApoRed. Warum hast du dann eine Haartransplantation in der Türkei gemacht? Das kann man doch... Oh mein Gott! Alter, was? Junge! Ey. Mimi ist nicht immer mehr ein Detektiv. Der ist einfach... Der ist einfach Kommissar mittlerweile. ...deutlich an den transplantierten Haaren erkennen, weil die darunterliegende Haut während der Heilung ein bisschen dunkler ist. Man hat bei ihm die FUE-Methode verwendet, wo man die Haare von dem Hinterkopf punktuell pickt und vorne wieder einsetzt. Deshalb sieht man bei ihm auch diese pünktchenförmigen Mikronarben in dem Spenderbereich. Das ist auch der Grund, warum er eine ganze Weile Gaming ohne Webcam aufgenommen hat. Also für die ganzen Leute, die sich das ständig in den Kommentaren gefragt haben, jetzt wisst ihr es. In Instagram-Stories hat er sich dann irgendwann bei schlechten Lichtverhältnissen gezeigt und erzählt, dass er mal einen neuen Haarschnitt ausprobieren wollte. Junge, dass er sogar bei seinen Haaren lügt. Bei seinen verdammten Haaren. Die Zuschauer können jetzt voten, was cooler aussieht. Kurze Haare oder so wie davor. Dabei wollte er nichts Neues ausprobieren, sondern er hatte gar keine Wahl, weil man für die Operation in den meisten Kliniken die Haare kurz macht. ApoRed kann aber durch seine Komplexe nicht dazu stehen und denkt sich irgendeine Scheiße aus. Also, ich bin ehrlich, ich habe wahrscheinlich die Haare von meiner Mama geerbt und sie hat echt stramme Haare. Außer gehen wir schon gut aus. Wunderland, du Haartransplantation aus Türkei, wallah. Man muss aber sagen, jetzt ohne Witz, das Ergebnis sieht echt super aus. Also jetzt müsste halt nur noch Geld für einen Friseur da sein. Vielleicht kannst du ja wieder mit Instagram-Story bezahlen. So, Freunde, da alle echt, hat man wieder die Haare sich ganz fresh machen lassen. Eine komplett neue Frise. Man muss aber was Neues austesten. Junge, nur weil du dringend einen Geldregen nötig hast, brauchst du dir nicht gleich die Money Rain Frisur mache. Money Rain, Money Rain, ey, ey. Was gibt es eigentlich sonst noch zu erwähnen? ApoRed kennzeichnet seine derzeitigen Placements nicht richtig, versteckt den Hinweis, so dass man es möglichst nicht sieht, wird von Unge dann sogar darauf hingewiesen. Man darf ja in Deutschland zumindest mal überhaupt nicht Hashtag Ad schreiben, oder? Muss doch entweder Hashtag Werbung oder Hashtag Anzeige oder so ausstehen, oder? Ja? Gewiesen. Für die Leute, die so ein bisschen auch... Da muss ich auch mal einen kleinen Kritikpunkt an ApoRed an dieser Stelle immer wieder raushasseln. Er hat letztens Werbung gemacht für diese Produkte da. Die Werbung war jetzt nicht optimal gekennzeichnet. Das Hashtag Ad steht hinter seinem Profilbild versteckt. Ja, Maschallerius, Maschallerius. Es gibt, glaube ich, sogar ein deutsches Urteil, dass man Ad gar nicht schreiben darf, sondern man muss in Deutschland Hashtag Werbung oder Anzeigen... Ja, weil Ad oder Red ist doch das gleiche, oder? ...geschreiben. Dankung, ey. In der zweiten Story, die ist schon mal ein paar Tage her, ist da Ad ein bisschen versteckt hinter Red, ne? Aber statt die Placements nun korrekt zu kennzeichnen, kennzeichnet er die gar nicht mehr. Oh mein Gott, Alter. Alter, ApoRed hat 10% mit dem Code Red. Hier war es das Multivitamin-Hasen hier von Metabalance. Kann ich euch auch nur jeden empfehlen, der ist super. Der Erdnuss-Souls, hier habe ich dazu geaddet. Die Verbung ist auch der gar korrekt, ja. Seit circa einem halben Jahr hat er auch kein Impressum. Laut Leon müsste ApoRed also paranoid sein. Du bist der einzige YouTuber mit 800.000 Abonnenten, die ihn irgendwie da zurückverfolgen kann. Und die Bewertungen sind durchgängig scheiße. Laut ApoRed bedeutet eine Bewertung ab 10% Dislikes, dass der YouTuber unglaubwürdig ist. Also ich sag mal ehrlich so, ich glaube nicht umsonst hat das Video auch 10% Dislikes erhalten, weil ich finde 10% Dislikes ist relativ viel. Ist relativ viel für ein Video, wo du halt, äh, ja, sagst, dass du sexuell... Das sagt er, während er bei jedem Video mindestens 50% Dislikes hat. Belästigt worden ist. In der Regel sollte man eigentlich da allerhöchstens 1-2% Dislikes haben. Was ist das auch schon wieder für eine Aussage? Ja, so wenn man jetzt sagt, dass man sexuell belästigt worden ist, sollte man maximal 1-2% Dislikes haben. 3% Unglaubwürdig, sag ich dir ehrlich. Malfall, aber ich denke, diese 10%, die Dislikes haben, die haben wahrscheinlich einfach gesagt, das klingt mir einfach unseriös, ne? Bin ich ganz ehrlich, für mich klingt das absolut unseriös. Witzigerweise ist mir bei den Likes was aufgefallen. Als er sein Turn-On-Video gemacht hat, um es allen Kritikern heimzuzahlen, ist aus mystischen Gründen die Like-Zahl schlagartig nach oben gegangen. Zu Anfang hatte das Video 25% Dislikes. Danach kamen nur 100 Dislikes dazu, während 19.000 zusätzliche Likes kamen. Das muss ein Bot sein. TJ hat im Stream zufälligerweise noch einen Schritt dazwischen gecatcht. Die Bewertung ist ja krass gut, Digga. Für ein Uppred-Video? Es ist ultra unrealistisch, dass das organisch passiert ist. Ein paar Leute hatten schon vermutet, dass da einige Likes gekauft wurden. Und ja, da wurde auf jeden Fall nachgeholfen, denn ich habe zufälligerweise ein deutliches Absinken der Likes gescreenshotted, obwohl die Klickzahlen weiter hochgegangen sind. Und zwar mindestens an dieser Stelle alle hier. Achtet auf die Klickzahlen und auf die Likes. Bei steigender Klickzahl gingen die Likes hier plötzlich weg. Das passiert, wenn Google solche Likebots erkennt und löscht. Ich muss aber dazu sagen, ich persönlich denke nicht, dass Uppred das selber war. Der hätte nämlich gar kein Geld dafür. Und jetzt kauft mein Merch. Zu jedem bestellten Artikel gibt es eine limitierte Wackelkarte. Die Wackelkarte schaut wild aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018